Hallo, jetzt zeigen wir euch schon die letzte Figurenkombination, die wir im Disco Fox Club gemacht haben. Wir haben 1, 2, Tap, 3, 4, Tap, Dame raus, 2, Tap, ja rein, 2, Tap, Dame rein, 2, Tap, raus, 2, Tap, Rücken an Rücken, Rücken, Dame unterm Arm und in die Gegenüberstellung. Das war's.